Die steinerne Matratze von Margaret Atwood Am Anfang hatte Werner gar nicht die Absicht gehabt, jemanden umzubringen. Sie wollte einfach nur Urlaub machen, nichts weiter. Mal richtig durchatmen, ein bisschen innerlich Bilanz ziehen, die alte Haut abstreifen. Die Arktis ist genau das Richtige für sie. Diese eisigen Weiten, die natürliche Ruhe, die ihnen innewohnt. Nichts als Kälte, Berge, Meer und Himmel, ungestört von Städten, Autobahnen, Bäumen und all dem anderen Klimbim, mit dem die Landschaft weiter südlich vollgerümpelt ist. Wobei Klimbim für sie auch andere Menschen sind, und mit andere Menschen meint sie Männer. Von Männern hat sie fürs Erste die Nase voll. Sie hat sich im Kopf einen Merkzettel gemacht. Auf Flirts verzichten und auch auf alles andere, was sich daraus ergeben könnte. Das Geld hat sie nicht nötig, nicht mehr. Schließlich ist sie weder gierig, noch hat sie überzogene Ansprüche. Das Einzige, was sie immer haben wollte, waren ein paar schöne, warme, dicke Lagen Geld, als Schutzschild sozusagen, damit nichts und niemand ihr etwas anhaben konnte. Dieses bescheidene Ziel hat sie immerhin erreicht. Aber alte Gewohnheiten lassen sich nicht so leicht ablegen, und so dauert es nicht lang, da taxiert sie mit geübtem Blick die Vliesbejagten mit Reisenden, die nervös ihre Rollkoffer in die Lobby des Flughafenhotels zerren, indem sie die erste Nacht verbringen. Die Frauen lässt sie dabei links liegen und verpasst ausschließlich den männlichen Exemplaren der Herde Markierungen. Manche sind mit weiblichem Anhang da, die klammert sie grundsätzlich aus. Wozu unnötig Energie verschwenden? Wie anstrengend es sein kann, jemanden von seinem Gespons loszueisen, weiß sie noch von ihrem ersten Mann. Abgelegte Gattinnen sind die reinsten Kletten. Ihr Interesse gilt den Singles, denen, die am Rand stehen. Einige von ihnen sind für ihre Zwecke zu alt, an denen schaut sie direkt vorbei. Sie hat es auf die anderen abgesehen, diejenigen, die glauben, dass sich bei ihnen noch was regt. Nicht, dass sie selbst irgendwie aktiv werden will, aber es kann nicht schaden, im Übung zu bleiben, und sei es auch nur, um sich zu beweisen, dass sie noch immer einem Kerl den Kopf verdrehen kann, wenn ihr nur danach isst. Für den heutigen Begrüßungsabend wählt sie ihren cremefarbenen Pulli aus und steckt sich das Namensschildchen von Magnetic Northward ein bisschen zu tief an die linke Brust. Dank Aquagymnastik und Krafttraining ist sie für ihr Alter noch bestens in Form. Eigentlich sogar für jedes Alter. Zumindest in vollständig bekleidetem Zustand und mit dem entsprechenden sorgfältig angepassten Unterbau aus Draht- und Stützmaterial. Im Bikini in einem Liegestuhl zu liegen, das wäre nicht ihr Ding. Auch deshalb hat sie sich für die Arktis entschieden und nicht für die Karibik. Ihr Gesicht ist, wie es ist und zweifellos das Beste, das man in diesem Lebensabschnitt für Geld bekommen kann. Ein wenig Selbstbräuner, ein Hauch Lidschatten, Mascara, etwas Glitzerpuder, etwas Concealer und schon hat sie zehn Jahre weggeschummelt. Viel schwand dahin, doch viel verblieb, flüsterte sie ihrem Spiegelbild zu. Ihr dritter Mann war ein wandelndes Zitatenlexikon gewesen, mit einer besonderen Vorliebe für Tennyson. Komm nun in den Garten, Mood, hatte er immer zu ihr gesagt, wenn es Zeit war, ins Bett zu gehen. Es hatte sie rasend gemacht. Jetzt noch ein Spritzer Eau de Cologne. Unaufdringlicher Duft mit floraler Note, nostalgisch und schön verreiben, dass nur ein leichter, ganz leichter Hauch übrig bleibt. Bloß nicht übertreiben, obwohl ältere Nasen können nicht mehr so gut riechen, aber man muss ja auch an die Allergiker denken. Ein niesender Mann ist kein aufmerksamer Mann. Sie lässt sich etwas Zeit mit ihrem Auftritt, setzt ein desinteressiertes, aber durchaus fröhliches Lächeln auf. Eine alleinstehende Frau sollte tunlichst darauf achten, nicht übereifrig zu erscheinen. Nimmt dankend ein Glas von dem ganz passablen Weißwein an, den man gratis gereicht bekommt, und mischt sich unter die knabbernde, nippende Gesellschaft. Die Männer dürften durchweg Akademiker im Ruhestand sein. Ärzte, Anwälte, Ingenieure, Börsenmakler, die sich für die Erforschung des Nordpols interessieren, für Eisbären, Archäologie, Vögel, das Kunsthandwerk der Inuit, vielleicht sogar für die Wikinger oder für das Leben der Pflanzen oder auch für Geologie. Magnetic Northward hat nur seriöse Kunden, die von einem ganzen Trupp echter Experten betreut und belehrt werden. Sie hat sich die zwei anderen Unternehmen angeschaut, die diese Region bedienen. Aber die haben ihr beide nicht zugesagt. Die eine hat ein intensives Wanderprogramm und wendet sich vor allem an Leute unter 50, naja, nicht unbedingt ihre Zielgruppe. Die andere wirbt mit gemeinschaftlichem Singen und lustigen Verkleidungen. Und so hat sie sich für Magnetic Northward entschieden. Sie war schon einmal mit dieser Firma gereist, vor fünf Jahren, nachdem ihr dritter Mann gestorben war. Weiß also in etwa, was sie erwartet. Man sieht jede Menge sportliche Garderobe im Saal, bei den Männern viel beige, karierte Hemden und Westen mit diversen Taschen. Sie mustert die Namensschilder. Ein Fred, ein Dan, ein Rick, ein Norm, ein Bob, noch ein Bob und noch einer, noch reichlich Bobs auf dieser Tour. Etliche scheinen solo zu reisen. Bob, ein Name, der früher einmal viel Gewicht für sie hatte, wobei sie diese Bürde mittlerweile abgeworfen hat. Sie entscheidet sich für einen eher schlanken, aber noch handfesten Bob, nähert sich ihm geschmeidigen Schrittes, macht ihren speziellen Augenaufschlag, er schielt auf ihre Brust. Werner, sagt er, schöner Name. Ach, altenmodisch, sagt sie. Von dem lateinischen Wort für Frühling, wenn alles wieder zum Leben erwacht. Eine vielversprechende, fallische Erneuerung, verheißende Bemerkung, die sehr hilfreich gewesen war, als sie sich ihren zweiten Mann geangelt hatte. Ihrem dritten Mann hatte sie gesagt, ihre Mutter habe sich von James Thompson, einem schottischen Dichter des 18. Jahrhunderts, und seinen sanften Frühlingswinden inspirieren lassen, was eine groteske, aber amüsante Lüge gewesen war. In Wahrheit hieß sie nach einer dicklichen, semmelgesichtigen, toten Tante. Und ihre Mutter war eine strenge Presbyterianerin mit einem Mund wie eine Beizzange, die Gedichte hasste und sich schwerlich von etwas hätte inspirieren lassen, das nicht mindestens so hart wie eine Granitmauer war. Bei ihrem vierten Mann, von ihr nur der Perversling genannt, war Werner noch einen Schritt weiter gegangen. Sie sei nach einem sexuell aufgeladenen Ballett mit einem Titel »Das Frühlingsritual« benannt, hatte sie ihm erzählt, das mit Folter und einem Menschenopfer endet. Er hatte gelacht und sich gleichzeitig gewundert, ein sicheres Zeichen dafür, dass sie ihn am Haken hatte. »Und Sie sind...« »Bob«, sagte sie jetzt. Sie hat Jahre gebraucht, um diese kleine Kunstpause zu perfektionieren, dieses leicht angehauchte Atemholen, bei dem jeder Mann weiche Knie bekommt. »Ja«, sagte Bob, »Bob Gorham«, fügte er hinzu, und der schüchterne Ton, in dem er das sagte, soll offensichtlich charmant klingen. Werner überspielt ihren Schock mit einem breiten Lächeln. Sie spürt, wie sie errötet. Einerseits vor Wut und andererseits, weil sie von einer beinahe schon verwegenen Heiterkeit erfasst wird. Sie sieht ihm ins Gesicht. »Tatsächlich«. Das ist er. Wenn man sich das schüttergewordene Haar, die Falten und die unverkennbar gebleichten Zähne, vermutlich Implantate, wegdenkt, ist das immer noch derselbe Bob. Der Bob von vor gut 50 Jahren. Mr. Herzensbrecher, Star des Highschool-Football-Teams, das Fangwunder aus dem wohlhabenden Teil der Stadt, wo die Cadillac-Fahrer wohnten, die Herren aus der Chefetage der Bergbaugesellschaft. Derselbe Lord Kacke mit seinen rüpelhaften Drohgebärden und seinem schiefen Clowns Grinsen. Wie haben sie damals alle gestaunt? Nicht nur in der Schule, sondern wirklich alle. Denn in diesem Nest dort wusste jeder Haar genau, wenn wer wie viel getrunken hatte und wer gar nichts trank und wer keinen Deut besser war, als sie eigentlich hätte sein müssen und wer viel, viel Kleingeld in der Tasche hatte. Wie haben sie da alle gestaunt, als Bob, der Goldjunge, sich ausgerechnet die unbedeutende Werner für den großen Winterball in Snow Queen's Palace ausgesucht hatte. Die hübsche, drei Jahre jüngere Werner, die fleißige, unschuldige Werner, die Überfliegerin, die ein paar Klassen übersprungen hatte. Werner, die geduldet war, aber nicht wirklich dazugehörte. Die sich ein Bein ausriss, um ein Stipendium zu kriegen, damit sie endlich hier herauskäme aus dieser Stadt. Werner, die wirklich geglaubt hatte, sie sei verliebt. Vielleicht war sie wirklich verliebt gewesen. Waren denn, wenn es um Liebe ging, Glauben und Sein nicht dasselbe? Solch ein Glaube nimmt einen die Kraft und vernebelt den Blick. So hat sie sich danach nie wieder reinlegen lassen. Zu welcher Musik haben sie an dem Abend eigentlich getanzt? Ah, Rock Around the Clock, Hearts Made of Stone, The Great Pretender. Bob war mit Werner kreuz und quer durch die Turnhalle gefegt und hatte sie an sein Nelken verziertes Knopfloch gepresst. Denn die unbeholfene Werner jener Tage war noch nie auf einem Ball gewesen und konnte kaum mithalten mit Bobs kraftvollen, weit ausholenden Bewegungen. Für die brave kleine Werner bestand das Leben aus Kirche, Schule, Haushaltspflichten, ihrem Wochenendjob als Aushilfskraft im Drugstore und ihrer grimmig dreinblickenden Mutter, die sie keinen Moment aus den Augen ließ. Keine Verabredung mit Jungs. Das war verboten. Es wollte sich aber auch eh niemand mit ihr treffen. Doch dass sie mit Bob Gorham zu dem beaufsichtigten Highschool-Ball ging, das hatte ihre Mutter erlaubt, denn Bob war schließlich eine Lichtgestalt und kam aus einer angesehenen Familie. Sie fühlte sich sogar ein bisschen geschmeichelt, freilich nur im Stillen. War nach all der Zeit, in der das Verschwinden von Wörners Vater Thema Nummer eins gewesen war, mal wieder hoch erhobenen Hauptes herumgelaufen und hatte davon einen ganz steifen Hals gekriegt. Aus heutiger Sicht konnte Wörner das durchaus verstehen. Und so war Wörner, den Blick von Heldenverehrung verklärt, in ihren ersten Stöckelschuhen zur Tür hinaus gestrackst. Bob hatte sie galant zu einem glänzenden Rot-Cabrio geführt, aus dessen Handschuhfach bereits verräterisch die Flasche mit dem Roggen-Whiskey lugte. Kerzengerade saß sie dort, wie versteinert vor lauter Schüchternheit, nach Prell-Shampoo und Jerkson-Lution riechend, eingewickelt in die biedere, nach Mottenkugeln stinkende Kaninchen-Felsdola ihrer Mutter, darunter ein eisblaues Kleid mit Türrock, das so billig gewesen war, wie es aussah. Billig, billig. Ex und hopp, zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Und genau so hatte Bob auch sie gesehen, vom ersten Moment an. Bob grinste selbst zufrieden vor sich hin. Vielleicht denkt er, Wörner errötet vor lauter Begierde, aber er erkennt sie nicht. Wie viele verdammte Wörners hat er denn in seinem Leben kennengelernt? Reiß dich zusammen, sagte sie sich. Sie ist wohl doch nicht so unverwundbar. Sie zittert vor Wut, oder doch eher, weil sie gekränkt ist? Zur Tarnung nimmt sie einen Schluck Wein und verschluckt sich sofort. Bob wird aktiv, klopft ihr ein paar Mal kräftig, aber dennoch zärtlich, auf den Rücken. Entschuldigung, bringt sie mühsam heraus, um sie herum der resche kalte Duft von Nelken. Sie muss weg von ihm, auf einmal ist ihr richtig übel. Sie rennt auf die Darmtoilette, die zum Glück leer ist, und er bricht den Weißwein und das Kanapé mit Frischkäse und Oliven in die Kloschüssel. Ob es schon zu spät ist, die Reise zu stornieren? Aber wieso soll sie eigentlich ein zweites Mal vor Bob davonlaufen? Damals war ihr nichts weiter übrig geblieben. Nach einer Woche wusste die ganze Stadt Bescheid. Bob hatte die Geschichte überall herum erzählt, in einer total absurden Version, ganz anders, als Werner sie in Erinnerung hatte. Werner, die Schlampe, besoffen und willig, zum Todlachen. Nach der Schule lief ihr eine Horde johlender, lüsterner Jungen hinterher. Hey, Flittchen, kann ich auch mal? Die Bonbons lass im Keller, mit Whisky geht's doch schneller. Das waren ein paar der harmloseren Sprüche. Die Mädchen machten einen Bogen um sie, weil sie Angst hatten, dass etwas von der Schande, der lachhaften, grotesken Anstößigkeit, die das Ganze hatte, auf sie abfärben könnte. Und dann ihre Mutter. Es dauerte nicht lange, bis der Skandal auch in Kirchenkreisen die Runde machte. Das Wenige, was dazu aus dem Beizzangenmund ihrer Mutter zu vernehmen war, traf den Nagel auf den Kopf. Werner hatte sich die Suppe eingebrockt. Sie musste sie auch auslöffeln. Nein, sich in Selbstmitleid zu wälzen, kam nicht in Frage. Sie musste die Konsequenzen tragen und es würde auch kein Gras darüber wachsen. Als jeder sehen konnte, dass es zum Schlimmsten gekommen war, kaufte sie Werner ein Busticket und schickte sie in ein kirchliches Heim für ledige Mütter am Stadtrand von Toronto. Dort brachten Werner und andere Sünderinnen ihre Tage mit Kartoffelschälen, Bodenschrubben und Toilettenscheuern zu. Sie trugen graue Umstandskleider, graue Wollstrümpfe und klobige, braune Schuhe, alles von großherzigen Spendern bezahlt, wie man sie wissen ließ. Zusätzlich zu ihren Scheuer- und Kartoffelpellpflichten verwöhnte man sie mit ausgiebigen Gebetssitzungen und selbstgerechten Schikanen. Was ihnen passiert sei, das hätten sie sich selbst zuzuschreiben, hieß es, da sei es gerechte Strafe für ihr lasterhaftes Betragen, doch sei es nie zu spät, sich durch harte Arbeit und Selbstzucht von seinen Sünden reinzuwaschen. Man warnte sie vor Alkohol, Tabak und Kaugummis und sagte ihnen, es wäre ein wahres Gottesgeschenk, sollte je ein anständiger Mann den Wunsch haben, sie zu heiraten. Die Geburt dauerte lange und war kompliziert. Das Baby nahmen sie ihr sofort weg, damit sie gar nicht erst eine Bindung zu ihm aufbauen konnte. Es kam zu einer schweren Infektion und in der Folge zu starken Vernarbungen. Das sei nur zu ihrem Besten, hörte sie eine Krankenschwester forsch zu anderen sagen. Diese Sorte Mädchen würden eh keine ordentlichen Mütter abgeben. Sobald Werner wieder laufen konnte, bekam sie fünf Dollar und ein Busticket in die Hand gedrückt, zusammen mit der Anweisung, wieder in die Obhut ihrer Mutter zurückzukehren, schließlich war sie ja noch nicht volljährig. Aber das konnte sie nicht ertragen und ihre Heimatstadt genauso wenig. Und so fuhr sie stattdessen geradewegs ins Zentrum von Toronto. Was sie sich dabei gedacht hat? Gedacht eigentlich gar nichts, nur gefühlt hat sie etwas. Nämlich Traurigkeit, Schmerz und nicht zuletzt auch einen funkentorziger Wut. Wenn sie wirklich so wertlos und nichtsnutzig war, wie all zu denken schien, konnte sie sich ja auch so benehmen. Und genau das tat sie dann, wenn sie nicht gerade als Kellnerin oder Zimmermädchen jobbte. Nur mit sehr, sehr viel Glück traf sie schließlich einen älteren verheirateten Mann, der sich für sie interessierte. Die drei Jahre Sex mit ihm während der Mittagspause nahm sie als Bezahlung für ihre Ausbildung gern in Kauf. Ein faires Geschäft aus ihrer Sicht. Sie verübelte ihm nichts. Sie hatte eine Menge bei ihm gelernt, wobei in High Heels laufen noch das Einfachste war. Hatte sich an ihm hochgezogen, raus aus dem Schlamassel. Und so, nach und nach, wurde sie auch das zerknautschte Bild von Bob los, dass sie, man möchte es kaum glauben, immer noch ganz nah an ihrem Herzen trug, wie eine getrocknete Blume. Sie klopft sich das Gesicht zurecht, bessert den Mascara nach, der ihr, von wegen Wasser fest, wie Blut die Wangen runterläuft. Nur Mut, ermahnt sie sich. Sie will nicht wieder weggejagt werden. Nicht noch einmal. Sie wird nicht nachgeben. Inzwischen wird sie locker mit fünf von seiner Sorte fertig. Und sie ist im Vorteil, denn Bob hat keine Ahnung, wer sie ist. Hat sie sich wirklich so verändert? Aber klar doch, sie sieht viel besser aus. Da ist zum einen ihr silberblondes Haar und dann natürlich die diversen Umbauten, die sie hat vornehmen lassen. Der entscheidende Unterschied aber liegt in ihrer Haltung. In dem Selbstvertrauen, das sie ausstrahlt. Bob dürfte es schwer fallen, hinter dieser Fassade die schüchterne, heulsusige Idiotin mit dem stumpfen, braunen Haar zu entdecken, die sie mit 14 gewesen war. Sie legt noch eine letzte Schicht Puder auf. Dann gesellt sie sich wieder zu den anderen und stellt sich am Buffet für Lachs und Roastbeef an. Viel davon essen wird sie nicht. Aber das tut sie eh nie. Nicht in der Öffentlichkeit. Eine gefräßig-mampfende Frau ist kein verlockendes, geheimnisvolles Wesen. Sie verkneift es sich, in der Menge nach Bob Ausschau zu halten. Sonst winkt er ihr noch zu und sie braucht erst mal Zeit zum Nachdenken und entscheidet sich für einen Tisch im hinteren Teil des Saales. Aber da kommt er auch schon und setzt sich einfach zu ihr, ohne sie zu fragen, ob er ihr Gesellschaft leisten darf. Tja, der meint wohl, hier hat er schon dran gepinkelt, also ist es sein Laternenpfahl. Sein Revier, das er markiert hat. Dieser Trophäe hat er bereits den Kopf abgehauen und sich dann mit dem Fuß auf der Brust des Leichnams fotografieren lassen. Und einmal hat er das ja auch wirklich schon gemacht. Nur, dass ihm das nicht bewusst ist. Sie lächelt. Er ist beflissen. Ob es Verena wirklich gut geht? Oh ja, erwidert sie. Sie habe nur irgendwas in den falschen Hals bekommen. Bob legt unverzüglich mit den Präliminarien los. Was Verena denn beruflich mache. Ruhestand, sagt sie. Sie sei aber eine sehr gefragte Psychotherapeutin gewesen, Spezialgebiet Rehabilitation von Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten. Oh, das war bestimmt interessant, sagt Bob. Oh ja, sagt Verena, es sei eine sehr dankbare Aufgabe, anderen Menschen helfen zu können. Oh, es war weit mehr als nur interessant gewesen. Einige wohlhabende Männer, die sich von einer lebensgefährlichen Episode erholten, hatten den Wert einer attraktiven, jüngeren Frau mit geschickten Händen und entgebenkommenden Manieren erkannt, umso besser, dass sie auch noch wusste, wann es angezeigt war, zu schweigen. Oder wie ihr dritter Mann mit seinem Faible für Kiez es ausgedrückt hätte, Gehört sind Kläge süß, doch ungehört noch süßer. Die Intimität, die geradezu körperliche Vertrautheit, der Beziehung zwischen der Psychotherapeutin und ihren Patienten führte zu anderen Intimitäten, zum Sex allerdings ließ Verena es nie kommen. Sex sei etwas Heiliges, hatte sie immer gesagt. War kein Heiratsantrag absehbar, dann zog sie sich zurück, um ihre Dienste Patienten anzubieten, die bedürftiger waren. Zweimal hat das die Angelegenheit beschleunigt. Ihr Ja-Wort hatte sie stets von der gesundheitlichen Verfassung des Mannes abhängig gemacht und als Ehefrau hat sie ihr Bestes gegeben, um ihr Geld auch wirklich wert zu sein. Jeder ihrer Männer war bei seinem Hinscheiden nicht nur glücklich, sondern auch dankbar gewesen, mochte das Ende auch jedes Mal ein kleines bisschen eher als erwartet eingetreten sein. Doch waren sie alle eines natürlichen Todes gestorben, an einem erneuten Herzinfarkt oder Schlaganfall. Ihr Anteil hatte lediglich darin bestanden, dass sie ihnen stillschweigend erlaubt hatte, all ihren verbotenen Gelüsten nachzugehen, also Sachen zu essen, die die Arterien verstopfen, so viel zu trinken, wie sie wollten, oder zu früh wieder auf den Golfplatz zurückzukehren. Sie hatte sich jeglichen Kommentar zu den streng genommen recht großzügigen Medikationen versagt. Sie habe sich durchaus Gedanken gemacht wegen der Dosierung, sagte sie später, aber wer sei sie denn, die Meinung der Ärzte anzuzweifeln? Na, und wenn ein Mann vergaß, dass er seine Tabletten für den Abend bereits genommen hatte, sie aber ordentlich an ihrem Platz breit liegen sah und dann aus Versehen noch einmal danach griff, ach, was sollte man denn dann erwarten? Blutverdünner können ja so gefährlich sein, wenn man zu viel davon schluckt. Dadurch kann sogar Blut ins Hirn gelangen. Werner selbst war nicht sonderlich an Sex als solchem interessiert, aber sie wusste, was wahrscheinlich klappen würde. Man lebt nur einmal, hatte sie immer gesagt, wenn sie mit einem ihrer Männer bei Kerzenschein zu Abend aß und ihr Champagnerglas erhob, um ihm dann die blaue Pille zu reichen. Viagra, fürwahr, ein revolutionärer Durchbruch, nur leider treibt das Zeug den Blutdruck gewaltig in die Höhe. Worauf es ankam, war, unverzüglich den Notarzt zu rufen, aber auch wieder nicht zu unverzüglich. Als ich aufgewacht bin, lag er so da. Das war eine akzeptable Aussage. Oder auch, ich habe merkwürdige Geräusche aus dem Badezimmer gehört und als ich nachgesehen habe. Sie bereut nichts. Sie hat diesen Männern einen Gefallen getan. Lieber ein schneller Abgang als ein langsames Dahinsiechen. Bei zwei Männern gab es hinterher mit den erwachsenen Kindern Ärger wegen des Testaments. Werner hatte erklärt, sie verstehe durchaus, wie sie sich fühlten und hatte sie großzügig ausgezahlt, großzügiger als es angesichts all der Mühen, die sie selbst investiert hatte, angemessen war. Diesen presbyterianischen Gerechtigkeitssinn hat sie noch immer. Sie will nicht viel mehr als das, was sie zusteht. Aber auch nicht weniger. Sie ist für ausgeglichene Bilanzen. Bob beugt sich zu ihr herüber, lässt wie zufällig den Arm auf der Rückenlehne ihres Stuhls ruhen. Ob ihr Mann auch mitreißt, fragt er, wobei er ein klein bisschen sehr nahe kommt und sie seinen Atem im Ohr spürt. Nein, sagt sie, sie sei seit kurzem Witwe. Dabei schlägt sie die Augen nieder und starrt in der Hoffnung, auf diese Weise stille Trauer zu vermitteln, auf die Tischplatte. Diese Fahrt hier sei eine Art Heilungsreise. Bob sagt, es tue ihm sehr leid, das zu hören, aber was für ein Zufall. Seine Frau sei ebenfalls verstorben, vor einem halben Jahr erst. Ein furchtbarer Schlag. Sie hätten sich so darauf gefreut, den Herbst des Lebens gemeinsam zu verbringen. Seit dem College sei er mit ihr zusammen gewesen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ob Werner an Liebe auf den ersten Blick glaube? Ja, sagte Werner, das tue sie. Bob vertraut ihr noch mehr an. Sie hatten mit der Hochzeit bis zu seinem Jura-Examen gewartet, dann kamen die drei Kinder und jetzt hat er fünf Enkel und ist auf jedes einzelne wahnsinnig stolz. Wenn er jetzt die Babyfotos rausholt, knall ich ihm eine, denkt Werner. Aber es bleibt doch eine Lücke, nicht wahr? Sagt Bob. Irgendwie so eine Leere. Werner gibt ihm Recht. Ob Werner ihm bei einer Flasche Wein Gesellschaft leisten würde? Du Schweinepriester, denkt Werner. Du hast also einfach weitergemacht. Hast geheiratet und Kinder gekriegt und ganz normal weitergelebt, als wäre nichts geschehen. Während ich... Ihr ist übel. Sehr gerne, sagt sie. Aber warten wir doch lieber damit, bis wir auf dem Schiff sind. Da ist es viel gemütlicher. Wieder setzt sie ihren Augenaufschlag ein. Ich gehe jetzt hoch und mache meinen Schönheitsschlaf. Sie lächelt und schwebt davon. Oh, aber den haben sie doch gar nicht nötig, sagt Bob galant. Hat ihr das Arschloch doch vorhin tatsächlich den Stuhl rangerückt? Damals hat er nicht so feine Manieren gehabt. Scheußlich, brutal und kurz, hatte ihr dritter Mann, Hobbs zitierend, immer über das menschliche Dasein gesagt. Heutzutage würde ein Mädchen natürlich die Polizei rufen. Heutzutage würde Bob ins Gefängnis kommen, egal, was er für Lügen erzählt. Schließlich war Werner noch nicht volljährig gewesen. Aber damals gab es noch kein passendes Wort für solch eine Tat. Von Vergewaltigung sprach man, wenn einer aus dem Gebüsch kam, um sich auf dich zu stürzen. Aber nicht, wenn jemand, der dich formgerecht zu einem Ball eingeladen hat, mit dir von der Hauptstraße runter und in einen dreckigen, verlotterten, schon zweimal abgeholzten Wald fährt, dir sagt, du sollst ein braves Mädchen sein und schön austrinken. Und ihr dann, Schicht um Schicht, die Kleider vom Leib reißt. Und dann war auch noch Ken, Bobs bester Freund, mit seinem Wagen angekommen und hatte mitgemacht. Die zwei hatten sie ausgelacht und ihr Miederhöschen als Souvenir behalten. Hinterher auf der Rückfahrt hatte Bob sie auf halber Strecke aus dem Auto geschubst, bestimmt, weil sie geweint hatte. Hör endlich auf zu flennen, sonst kannst du nach Hause laufen, hatte er gesagt. Sie sieht sich am vereisten Straßenrand entlang humpeln die nackten Füße in den eisblauen Hackenschuhen, die sie gefärbt hat, damit sie zur Garderobe passten. Ihr ist schwindelig. Sie ist wund und bibbert vor Kälte. Und als wäre das alles nicht lächerlich und demütigend genug, hat sie jetzt auch noch einen Schluck auf. Aber vor allem machte sie sich damals Sorgen um ihre Nylons. Wo waren bloß ihre Nylons geblieben? Die hatte sie sich von ihrem eigenen Drugstore-Geld gekauft. Das musste wohl der Schock sein. Stimmte ihre Erinnerung? War Bob wirklich mit ihrem Miederhöschen, das er sich verkehrt rum auf den Kopf gesetzt hatte, im Schnee getanzt, sodass die Strumpfbandhalter auf- und abhüpften wie die Schellen einer Narrenkappe? Miederhöschen, denkt sie prähistorisch. Ein Gegenstand für die Altertumsforschung, wie alles andere aus dieser Zeit. Heute nehmen die Mädels die Pille oder treiben ab, ohne lang zu überlegen. Tja, wie paläolithisch, wegen sowas immer noch verletzt zu sein. Ken, nicht Bob, war schließlich noch einmal umgekehrt, hatte sie Barsch zum Einsteigen aufgefordert und sie nach Hause gefahren. Der hat wenigstens so viel Anstand, sich zu schämen. Sag bloß keinem was, hatte er gemurmelt, und daran hatte sie sich gehalten. Aber ihr Schweigen hatte ihr nicht gut getan. Warum sollte sie die Einzige gewesen sein, die für diesen Abend büßen musste? Sie war dumm gewesen, keine Frage, aber Bob war gemeingewesen. Und er war ungestraft davongekommen, ohne irgendwelche Konsequenzen oder Gewissensbisse. Ihr Leben jedoch war aus den Fugen geraten. Die Werner, die sie am Tag davor gewesen war, war tot. Und die Werner, die sich an ihrer Stelle formte und verfestigte, war ein verkümmertes, verkorkstes, übel zugerichtetes Geschöpf. Bob hatte ihr beigebracht, dass nur die Starken siegreich sind, dass Schwäche gnadenlos ausgenutzt wird. Bob hatte sie, ja, sprechen wir es ruhig aus, er hatte sie zur Mörderin gemacht. Am nächsten Morgen, auf dem Charterflug nach Norden, das Kreuzfahrtschiff erwartet sie auf der Beaufortsee, überdenkt sie ihre Möglichkeiten. Sie könnte Bob noch eine Weile zappeln lassen und ihn dann eiskalt fertig machen, genau in dem Moment, wo er mit runtergelassener Hose vor ihr steht. Das wäre eine Genugtuung, aber nur eine kleine. Sie könnte ihm die ganze Reise über aus dem Weg gehen, dann bliebe das Rätsel auch weiter das, was es die letzten 50 Jahre war, nämlich ungelöst. Oder sie bringt ihn um. Mit wissenschaftlicher Kühle denkt sie über diese drei Optionen nach. Mal angenommen, sie würde Bob ermorden. Wie sollte sie das auf dem Schiff bewerkstelligen, ohne erwischt zu werden? Ihre Rezeptur aus Sex und Medikamenten würde nicht schnell genug wirken, zeigen und wahrscheinlich gar nicht funktionieren, denn Bob machte nicht den Eindruck, als ob er irgendwelche Krankheiten hätte. Ihn über Bord zu werfen war auch keine Möglichkeit. Bob war zu groß, die Rehling zu hoch und sie wusste noch von ihrer vorherigen Reise, dass immer irgendwelche Leute an Deck sind, um die atemberaubende Aussicht zu genießen und Fotos zu machen. Gäbe es eine Leiche in einer Kabine, würde die Polizei kommen und wie im Fernsehen nach DNA-Spuren und Textilfasern suchen und so weiter. Nein, sie musste ihn bei einem der Landgänge zu Tode kommen lassen. Nur wie und wo? Sie schaute sich den Reiseplan an und studierte die Route auf der Karte. Eine Eskimo-Ansiedlung taugt nichts. Da gibt es bellende Hunde und Kinder, die einem hinterherlaufen. Ja, und die anderen Stationen liegen in der Ödenis, wo man sich nirgends verstecken kann. Außerdem sind wegen der Eisbären immer ein paar Besatzungsmitglieder mit Gewehren dabei. Vielleicht ein Unfall mit einem Gewehr? Das müsste dann aber auf die Sekunde genau geplant werden. Hm, ganz gleich für welche Methode sie sich entschied, sie müsste es bald nach der Abfahrt tun, bevor er Gelegenheit hatte, sich mit irgendwelchen Leuten anzufreunden, die sein Fehlen bemerken könnten. Außerdem muss sie damit rechnen, dass Bob sie plötzlich doch noch erkannte. Wenn das passiert, ist eh alles aus. Vorläufig war es jedenfalls das Beste, wenn sie sich nicht ständig mit ihm sehen ließ. Nur so oft, dass er nicht das Interesse verlor, aber nicht so oft, dass es Gerede gab, zum Beispiel über eine aufkeimende Romanze. Sowas verbreitet sich auf einer Kreuzfahrt rasch, von Mund zu Mund. Das ist wie ein Grippevirus. An Bord des Schiffes, es ist die Resolute 2, die Werner noch von ihrer letzten Reise kennt, stellen sich die Passagiere an der Rezeption an, um ihre Pässe zu hinterlegen. Dann versammelt man sich in der vorderen Lounge, wo drei erschreckend kompetente Besatzungsmitglieder den weiteren Ablauf erklären. Bei jedem Landgang, sagt der Erste, mit strenger, finsterer Wikinger-Miene müssen alle ihre Namensschilder an der dafür vorgesehenen Tafel von Grün auf Rot drehen, bei ihrer Rückkehr dann wieder auf Grün. Auf den Schlauchbootexkursionen zur Küste sind Rettungswesten anzulegen. Das seien übrigens die neuen, dünnen Rettungswesten, die sich im Wasser von ganz selbst aufblasen. Bei der Landung müssen die Rettungswesten in den zur Verfügung stehenden weißen Leinenbeuteln verstaut und bei der Abfahrt wieder angelegt werden. Wenn irgendwelche Namensschilder nicht umgedreht oder noch Rettungswesten in den Beuteln sind, weiß die Besatzung also, dass noch jemand an Land ist und es möchte doch niemand zurückgelassen werden, oder? Und nun noch ein paar Punkte zur Hausordnung. In den Kabinen gibt es Wäschebeutel. Barrechnungen werden vom Konto abgebucht, Trinkgelder am Ende der Fahrt geregelt. An Bord herrsche das offene Türenprinzip, um dem Reinigungspersonal die Arbeit zu erleichtern, aber natürlich könne jeder, der dies wünsche, seine Tür abschließen. An der Rezeption gäbe es ein Fundbüro. Alles klar? Gut. Als Zweite spricht die Archäologin, die wie eine Zwölfjährige aussieht, findet Wöhner. Man werde die verschiedensten Grabungsstätten besichtigen, sagt sie, einschließlich Independence One, Desert and Thule, aber es dürfte nie, niemals irgendwas mitgenommen werden. Keine Artefakte und insbesondere keine Knochen. Diese Knochen könnten nämlich von Menschen stammen, deren letzte Ruhe nicht gestört werden dürfe. Tierknochen hingegen seien eine wichtige Calciumquelle für Raben, Lemminge, Füchse und, nun ja, für die gesamte Nahrungskette, weil die Arktis grundsätzlich alles recycelt. Alles klar? Gut. Nun, sagt der dritte Redner, ein modisch kahl rasiertes Individuum mit dem Aussehen eines Personal Trainers, ein paar Worte zu den Waffen. Gewehre sind hier lebensnotwendig, weil Eisbären keine Furcht kennen. Die Besatzungsmitglieder werden immer erst mal in die Luft schießen, um die Bären zu verjagen. Nur im äußersten Notfall würde man ein Tier erlegen, dann nämlich, wenn die Sicherheit der Passagiere gefährdet sei und die stehe an allererster Stelle. Es gäbe keinen Grund, Angst vor den Gewehren zu haben. Während der Schlauchbootexkursion zur Küste und zurück würden die Kugeln herausgenommen werden. Es könne also niemand aus Versehen erschossen werden. Alles klar? Gut. Hm, ein Schuss Waffenunfall scheidet demnach aus, denkt Werner. An die Gewehre kommt kein Passagier heran. Nach dem Lunch gibt es einen Vortrag über Walrosse. Es sind Gerüchte im Umlauf über Walrosse, die Jagd auf Seehunde machen, sie mit ihren Stoßzähnen anbohren und ihnen dann mit ihrem starken Maul das Fett aussaugen. Die Frauen rechts und links von Werner stricken. Fettabsaugung, sagt die eine, die andere lacht. Nachdem die Reden vorbei sind, geht Werner an Deck. Der Himmel ist klar, nur ein Schwarm linsenförmiger Wolken, die an Raumschiffe erinnern, segelt am Horizont. Die Luft ist warm, das Meer ist türkis. Magbord treibt ein klassischer Eisberg, der in der Mitte derart blau ist, dass man ihn für gemalt halten könnte und weiter vorn am Horizont erhebt sich eine Luftspiegelung, eine Fata Morgana. Ein Palast aus Eis, täuschend echt, wäre da nicht dieses leichte Flimmern an den Rändern. Solche Erscheinungen haben schon Seeleute in den Tod gelockt. Oder sie haben Berge kartografiert, wo gar keine waren. Schön, nicht? Sagt Bob, der plötzlich neben ihr auftaucht. Wie wäre es denn heute Abend mit der Flasche Wein? Fantastisch, sagt Werner lachend. Aber vielleicht nicht heute Abend. Ich bin schon mit ein paar Mädels verabredet. Was die reine Wahrheit ist, sie hatte versprochen, sich mit den Strickfrauen zu treffen. Dann vielleicht morgen. Bob grient und lässt nebenbei die Bemerkung fallen, er habe eine Einzelkabine. Nummer 222, wie unsere kanadischen Schmerztabletten, witzelt er, die bequemerweise mit Schiffs gelegen sei. So gut wie kein Geschaukel, fügt er hinzu. Werner sagte, sie habe ebenfalls eine Einzelkabine. Der Preisaufschlag lohne sich auf jeden Fall. Sonst könne man sich einfach nicht richtig entspannen. Sie zieht das Wort entspannen in die Länge, sodass es sich nach einem sinnlichen Vergnügen auf kühlem Satan anhört. Als Werner nach dem Dinner auf dem Schiff umherschlendert und einen Blick auf die Tafel mit den Namensschildern wirft, bemerkt sie, dass Bobs Schild und Iris ziemlich dicht beieinander stecken. Dann geht sie in die Geschenkboutique und kauft sich ein paar billige Handschuhe. Sie hat viele Krimis gelesen. Der nächste Tag beginnt mit einem Vortrag über Geologie, gehalten von einem dynamischen jungen Wissenschaftler, der bei den Passagieren, besonders bei den Weiblichen, einiges Aufsehen erregt. Dank eines überaus glücklichen Zufalls, erzählt er, weil nämlich wegen Packeis die Route geändert werden müsse, werde man an einer Stelle anlegen, an der ein geologisches Wunder zu entdecken ist. Ein Erlebnis, das nur sehr wenigen Menschen vergönnt sei. Sie hätten das Privileg, die ältesten versteinerten Stromatoliten der Welt zu sehen, entstanden vor stolzen 1,9 Milliarden Jahren, also noch vor den Fischen, vor den Dinosauriern, vor den Säugetieren, es handele sich dabei um die früheste erhaltene Form von Leben auf diesem Planeten. Mit glänzenden Augen stellt er die rein rhetorische Frage, was das denn sei, ein Stromatolit? Der Begriff setzt sich zusammen aus Stroma, dem griechischen Wort für Matratze, und dem Wort für Stein. Eine steinerne Matratze, ein versteinertes Polster, also entstanden aus zig Schichten blau-grüner Algen, die sich übereinander gelegt und so eine Art Hügel oder Kuppel gebildet hatten. Übrigens genau dieselbe blau-grüne Algenart, die den Sauerstoff erzeugt, den wir heute einatmen, ist das nicht erstaunlich. Ein verhutzelter, genomenhafter Mann an Wörners Tisch im Speisesaal murmelt, er hoffe nur, man kriege noch etwas Aufregenderes zu sehen als Steine. Er ist einer von den anderen Bobs. Wörner hat bereits eine Liste gemacht. Ein Bob mehr könnte ihr ganz gelegen kommen. Oh, ich freue mich schon darauf, sagt sie. Auf diese steinernen Matratzen. Sie verleiht dem Wort Matratze eine leichte anzügliche Note und erntet dafür ein beifälliges Augenzwinkern von Bob, dem Zweiten. Also wirklich, diese Kerle nie zu alt für einen Flirt. Nach dem Café schaut sie draußen an Deck durch ihren Feldstecher auf das näher kommende Land. Dort ist Herbst. Die Blätter an den winzigen, kleinen, sich rankenartig auf den Boden windenden Bäumen sind rot, orange, gelb und lila und dazwischen wogt in Wellen und falten felsiges Gestein. Dort ist ein Wall, dahinter ein noch höherer und hinter diesem ein noch höherer. Auf dem Zweiten Wall hat ihnen der Geologe erzählt, seien die schönsten Stromatoliten zu finden. Wenn jemand hinter den Dritten Wall gleiten würde, ob er dann wohl vom Zweiten aus zu sehen wäre? Er nicht, denkt Werner. Dann werden alle in wasserfeste Hosen gesteckt und müssen ihre Gummistiefel anziehen. Dann verpackt man sie in ihre Rettungswesten und macht sämtliche Schnallen zu, wie bei zu groß geratenen Kleinkindern. Dann drehen alle ihre Schilder von grün auf rot, dann schieben sie sich die Gangway hinunter und werden in die schwarzen Schlauchboote gescheucht. Bob hat einen Platz in Wörners Schlauchboot ergattert. Er hebt seine Kamera und macht einen Schnappschuss von ihr. Wörners Herz schlägt schneller. Falls er mich plötzlich doch erkennt, lasse ich ihn leben, denkt sie. Und wenn ich ihm sage, wer ich bin und er mich wiedererkennt und sich dann entschuldigt, lasse ich ihn auch im Leben. Damit hat er zwei Chancen mehr, seine Haut zu retten, als er mir gegeben hat. Und außerdem verzichtet sie so auf ihren Vorteil, auf den Überraschungseffekt, was gefährlich sein könnte, denn Bob ist viel größer als sie. Aber sie möchte einfach mehr als fair sein. Sie sind an Land gegangen, haben ihre Rettungswesten und Gummistiefel abgelegt und schnüren nun die Wanderstiefel. Wörner schlendert zu Bob hinüber, sieht, dass er sich gar nicht erst die Mühe gemacht hat, Gummistiefel anzuziehen. Er trägt eine rote Baseballkappe. Sie beobachtet ihn, sieht, wie er die Kappe umdreht, mit dem Schirm nach hinten. Jetzt haben sich alle verstreut. Einige bleiben an der Küste, andere bewegen sich auf den ersten Wall zu. Dort steht der Geologe mit seinem Hammer, um ihn herum hat sich bereits eine Gruppe plappernder Passagiere versammelt. Er ist ganz im Vortragsmodus. Es möge bitte keiner irgendwelche Stromatoliten mitnehmen. Sie hätten eine Genehmigung zur Erhebung von Proben, sollte also jemand ein besonders erlesenes Fragment finden, vielleicht gar einen Querschnitt. Möge man es ihm zuerst zeigen und dürfe es dann auf den Gesteinstisch an Bord legen, wo es jeder sehen könne. Hier ein paar Muster für diejenigen, die sich vielleicht nicht trauen, den zweiten Wall in Angriff zu nehmen. Köpfe werden gesenkt, Kameras hervorgeholt. Sie spürt auch ohne hinzuschauen, dass Bob in ihrer Nähe ist. Jetzt sind sie am zweiten Wall, denen einige leichter erklimmen als andere. Hier gibt es die besten Stromatoliten, Tomatoliten, ein ganzes Feld, unbeschädigte wie Blasen oder Beulen, ganz kleine und solche, die so groß sind wie ein halber Fußball. Manchen fehlt der obere Teil, wie bei einem Ei, aus dem gerade ein Küken geschlüpft ist. Andere sind ganz flach, abgeschliffen und erinnern mit ihren spiralisch umeinandergelaufenen Wülsten an eine Zimtschnecke oder an die Jahresringe bei einem Baum. Einer ist in Viertel zerfallen, wie ein in keilförmige Stücke zerschnittener Gauderkäse. Wörner hebt ein Viertel auf, untersucht die Schichten, jedes Jahr schwarz, grau, schwarz, grau, schwarz und am Boden der Kern, der keine besonderen Merkmale aufweist. Das Stück ist schwer und scharfkantig. Wörner hieft es in den Rucksack. Da kommt, wie gerufen, Bob an, schleppt sich langsam wie ein Zombie den Wall hoch und auf sie zu. Er hat seine Jacke ausgezogen und sie unter die Träger seines Rucksacks gestopft. Er ist außer Atem. Einen Moment lang hat sie Gewissensbisse. Er ist auf dem absteigenden Ast, zeigt Anzeichen von Gebrechlichkeit. Sollte sie nicht die Vergangenheit ruhen lassen? Und sind nicht alle Jungs ihren Hormonen ausgeliefert? Warum soll man einen Menschen für etwas richten, das er in einer anderen Zeit getan hat? Etwas, das so lange her ist, fast schon nicht mehr wahr? Über ihr fliegt ein Rabe und zieht seine Kreise. Ahnt er etwas? Wartet er? Sie schaut mit seinen Augen hinab, sieht eine alte Frau, denn, sprechen wir es ruhig aus, sie ist inzwischen eine alte Frau, die kurz davor ist, einen Mann zu töten, der sogar noch älter ist, und das wegen eines Zorns, der schon in den Fernen der aufgebrauchten Zeit verblasst. Das ist schäbig. Das ist gemein. Das ist normal. So geht es nun mal zu im Leben. Herrlicher Tag, sagt Bob. Schön, dass man sich mal ein bisschen die Beine vertreten kann. Ach, nicht wahr, sagt Werner. Sie geht hinüber an die andere Seite des zweiten Walls. Da drüben gibt's vielleicht noch bessere, aber wir sollen ja nicht so weit weggehen, nicht außer Sichtweite. Bob lacht. Ach, Regeln sind was für dumme Bauern. Wir zahlen schließlich für das alles hier ordentlich Geld. Er geht voraus, nicht den dritten Wall hoch, aber um ihn herum. Will außer Sichtweite sein. Der Mann mit dem Gewehr, der auf dem zweiten Wall steht, schreit ein paar Leute an, die zu weit nach links gegangen sind. Er wendet den beiden den Rücken zu. Noch ein paar Schritte. Dann schaut Werner sich kurz um. Sie kann niemanden sehen und das heißt, dass niemand sie sehen kann. Sie wartet durch Morast. Werner nimmt ihre dünnen Handschuhe aus der Tasche, streift sie über. Jetzt sind sie am anderen Ende des dritten Walls angelangt, wo der Boden abschüssig ist. Kommen Sie hier herüber, ruft Bob und tätschelt den Stein. Sein Rucksack steht neben ihm. Ich habe uns was zu trinken mitgebracht. Er steht inmitten eines zerfransten Garzeteppichs aus schwarzen Flechten. Oh, großartig, sagt Werner. Sie setzt sich hin, öffnet den Reißverschluss ihres Rucksacks. Gucken Sie mal, sagt sie. Ich habe ein perfektes Exemplar gefunden. Sie dreht sich um, legt den Stromatoliten zwischen Bob und sich auf den Boden, hält ihn mit beiden Beinen fest. Sie holt tief Luft. Ich glaube, wir kennen uns von früher, sagt sie. Ich bin Werner Pritchard. Ich bin die Werner aus der High School. Aha, sie sind mir gleich so bekannt vorgekommen, sagt Bob ohne zu zögern und dabei feixt er tatsächlich. An dieses höhnische Feixen kann sie sich erinnern. Sie silt das Bild ganz deutlich vor sich, wie Bob triumphierend im Schnee herumtanzt und gackert wie ein Zehnjähriger. Und sie ganz zerfleddert ein einziges Häufchen Elend. Sie hütet sich, weit auszuholen. Sie reißt den Stromatoliten hoch und versetzt Bob einen harten Schlag direkt unterhalb der Kinnlade. Es knirscht, sonst kein Geräusch. Sein Kopf schnellt nach hinten. Jetzt liegt er da und streckt alle Viere von sich. Sie hält den Stromatoliten über seiner Stirn und lässt ihn fallen. Noch einmal. Und noch einmal. So, das scheint gelangt zu haben. Bob sieht ulkig aus mit seinen weit geöffneten, starr blickenden Augen, der zerschmetterten Stirn und dem Blut, das ihm an beiden Seiten übers Gesicht läuft. So, jetzt bist du hin, sagt sie. Er sieht echt zum Lachen aus und darum muss sie lachen. Übrigens hatte sie richtig vermutet, die Vorderzähne sind tatsächlich Implantate. Sie braucht einen Augenblick, bis sie wieder ruhig atmen kann. Dann nimmt sie den Stromatoliten vorsichtig, damit weder sie selbst noch die Handschuhe Blut abkriegen und lässt ihn in eine Pfütze gleiten. Bobs Baseballkappe ist runtergerutscht, sie stopft sie in ihren Rucksack zusammen mit seiner Jacke. Dann kippt sie seinen Rucksack aus. Nichts weiter drin. Bloß die Kamera. Ein paar wollene Fausthandschuhe, ein Schal und sechs Minifläschchen Scotch. Er kann einem fast leid tun. Was der sich für Hoffnungen gemacht hat. Sie rollt den Rucksack zusammen, steckt ihn in ihren eigenen, packt auch die Kamera ein, die sie später ins Wasser werfen wird. Dann reibt sie den Stromatoliten mit dem Schaltrocken, versichert sich noch einmal, dass kein sichtbares Blut mehr daran ist und verstaut ihn in ihrem Rucksack. Bob überlässt sie den Raben und den Lemmingen und dem Rest der Natur Nahrungskette. Dann geht sie zurück um den dritten Wall herum und ordnet ihre Jacke. Wenn irgendwer gucken sollte, wird er denken, sie sei gerade Pinkeln gewesen. Bei den Ausflügen verschwindet immer wieder mal jemand, klammheimlich, für ein paar Minuten. Aber es guckt keiner. Sie findet den jungen Geologen, der immer noch mit seinem Gefolge von Verehrerinnen auf dem zweiten Wall steht und holt den Stromatoliten hervor. Darf ich den mit aufs Schiff nehmen? fragt sie zuckersüß. Für den Gesteinstisch? Fantastisches Exemplar, sagt er. Die Reisegesellschaft pilgert zurück zur Anlegestelle und zu den Schlauchbooten. Als sie bei den Beuteln mit den Rettungswesten ankommen, fummelt Werner an ihren Schnürsenkeln herum, bis niemand schaut und sie eine zweite Rettungsweste in ihren Rucksack quetschen kann. Der ist jetzt viel dicker als vorhin beim Verlassen des Schiffes, aber es wäre schon komisch, wenn das jemandem auffiele. Wieder an Bord macht sie sich, an ihrem Rucksack zu schaffen, bis alle die Tafel mit den Namensschildern passiert haben. Dann dreht sie Bobs Schild von rot auf grün. Und ihr eigenes natürlich auch. Auf dem Weg zu ihrer Kabine wartet sie, bis der Korridor leer ist und schlüpft dann durch die unverschlossene Tür in Bobs Kabine. Der Zimmerschlüssel liegt auf der Kommode. Sie lässt ihn dort liegen. Sie hängt die Rettungsweste, Bobs Regenjacke und seine Baseballkappe auf, lässt Wasser in ein Waschbecken laufen, zerknautscht ein Handtuch. Danach geht sie über den immer noch leeren Korridor in ihre eigene Kabine, zieht die Handschuhe aus, wäscht sie und hängt sie zum Trocknen auf. Ein Fingernagel ist abgebrochen. Ärgerlich, aber reparabel. Sie betrachtet ihr Gesicht. Oh, ein leichter Sonnenbrand. Nichts Ernstes. Zum Dinner trägt sie Pink und flirtet angelegentlich mit Bob dem Zweiten, der jeden ihre Aufschläge bereitwillig pariert, aber wegen offensichtlicher Altersschwäche einfach nicht mehr in Betracht kommt. Auch gut, ihr Adrenalinspiegel fällt. Sollte es Polarlicht geben, erfolgt eine Durchsage, aber Werner hat nicht vor, deswegen noch einmal aufzustehen. Jetzt ist alles klar. Nun muss sie nur noch Bobs Schimäre am Leben erhalten, immer schön sein Schild von Grün auf Rot und von Rot auf Grün drehen. In seiner Kabine bewegt er Dinge hin und her, trägt verschiedene beigefarbene und karierte Sachen, schläft in seinem Bett, duscht, lässt die Handtücher auf dem Boden liegen, all das. Er bekommt eine nur mit einem Vornamen versehene Einladung zum Dinner am Mannschaftstisch, die später leise unter der Tür eines anderen Bobs hindurchgeschoben werden wird und keiner bemerkt den Austausch. Er putzt sich die Zähne, stellt seinen Wecker. Er gibt die Wäsche in die Reinigung, ohne jedoch den Bestellzettel auszufüllen. Das wäre zu riskant. Dem Reinigungsservice ist es auch egal. Viele ältere Leute vergessen, ihre Wäschezettel auszufüllen. Der Stromatolit liegt unterdessen auf dem Tisch mit den geologischen Musterexemplaren. Viele Leute nehmen ihn in die Hand, betrachten ihn, reden über ihn und bald ist er mit zahlreichen Fingerabdrücken bedeckt. Am Ende der Reise wird man ihn über Bord werfen. Die Resolute 2 wird zwei Wochen unterwegs sein. Sie wird 18 Mal anlegen. Sie wird an vereisten Kaps und kahlen Klippen vorbeifahren. An goldenen und kupferroten Bergen und solchen, die schwarz wie Ebenholz sind oder silbergrau. Sie wird durch Packeis gleiten. Sie wird an langen, makellosen Stränden ankern und Fjorde besuchen, die vor Millionen von Jahren von Gletschern ausgefräst wurden. Wer sollte sich angesichts all dieser überwältigenden Großartigkeiten da noch an Bob erinnern? Am Schluss der Reise wird es einen Moment der Wahrheit geben, wenn Bob nicht erscheint, um seine Rechnung zu bezahlen und seinen Pass abzuholen. Auch seine Koffer wird er nicht packen. Es wird ein bisschen Aufregung geben. Man wird sich Sorgen machen. Die Besatzung wird sich zu einer Beratung treffen, hinter verschlossenen Türen, um die anderen Passagiere nicht zu erschrecken. Zu guter Letzt wird in den Nachrichten gemeldet werden, Bob müsse in der letzten Nacht tragischerweise über Bord gegangen sein, als er sich zu weit über die Reling gebeugt habe, um das Polarlicht aus dem besseren Winkel fotografieren zu können. Das sei die einzig plausible Erklärung. In der Zwischenzeit werden sich die Passagiere in alle Winde verstreut haben und auch Wöhner. Das heißt, wenn sie das hinkriegt. Ob sie das schaffen wird? Es müsste ihr ein echtes Anliegen sein, eine spannende Herausforderung. Im Augenblick jedoch ist sie nur müde und fühlt sich ein bisschen leer. Aber durchaus mit sich im Reinen. In Sicherheit. Nun, Seelenruhe, alle Leidenschaft verbraucht. Wie ihr dritter Mann nach seinen Viagra-Episoden zu sagen pflegte. Sehr zu ihrem Verdruss übrigens. Diese Viktorianer verbinden Sex immer mit dem Tod. Wer hat das eigentlich geschrieben? Keats? Tennyson? Ihr Gedächtnis ist auch nicht mehr, was es mal war. Aber diese Kleinigkeiten werden ihr später schon wieder einfallen.